Liebe Leute, wir wollen was von euch wissen. Und zwar wollen wir von euch wissen, was ihr dem Internet sagen würdet, wenn ihr dem Internet etwas sagen könntet. Also eine Art offener Brief, ein, zwei, drei Sätze kurz an das Internet. Könnte beginnen mit liebes Internet, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Und das Ganze bitte als Video. Der Einfachheit halber könnt ihr das hier unten als Video-Antwort direkt hochladen und ihr habt dann die unfassbar großartig sensationelle Chance, damit im elektrischen Reporter zu erscheinen. Wir fänden das ganz toll und wir freuen uns auf euch. Dankeschön.